Und jetzt mit dem HSK-Show-Logo im Hintergrund. Was passiert, Saschi? Es wird flambiert. Es wird flambiert. Ist die Lampe weit genug weg? Habe ich schon mal. Alles habe ich schon gekriegt. Oh, das sieht aus, als wäre es gar nicht echt, oder? Ich finde, mit dem Greenscreen sieht es voll so aus, als wäre es. Aber wir können hier bestätigen, es ist echt. Es ist echtes Feuer. Natürlich ist es echtes Feuer. Aber findest du nicht, auch auf dem Screen sieht es irgendwie aus, als hätten wir das da... Jetzt sieht es echter aus von der Perspektive, genau. Ja, Wahnsinn, oder? Wie das einfach... Hier, die Feuerwehr ist vor Ort. Ja, das ist dabei. Das ist für alle diejenigen, die hier vielleicht Ängste aushalten. Wir haben ausgebildete Feuerwehrleute mit, ähm... Was meinst du jetzt genau, mit? Mit Grundlehrgarten. Ja, nicht nur das, wir haben auch Gruppenführer heute hier tatsächlich. Wahnsinn, also... Da geht dann halt der Ton mal kurz nicht, aber gut, das wäre dann zu verkraften. So, löschen wir vor Ton. Ja, genau. Ich bin in fünf Minuten, jetzt ist es nackt, jetzt ist es fertig, ne? Sehr schön. Fünf Minuten brauchst du noch. Das heißt, ähm, in der Zeit, das werden wir wahrscheinlich dann... Das können wir live nicht mehr überbringen. Genau, aber das ist ja nicht schlimmer, ihr seid ja da. Aber ihr hier in der Halle könnt es noch live erleben, wir können es auch probieren. Und was gibt es nochmal genau, Saschi? Das ist Krebseset. Krebseset? Das ist französische Nacktisch. Das ist eine kleine Reppe mit Orangensaße und dann kriegt man einen Kugel Vanilleis und dann aufzuladen. Wow. Das ist kalt und warm. Ein Richtig. Es ist der Wahnsinn. Das stimmt. Ich bin jetzt. potentially. Vielen Dank.